wieder ein neuer schauplatz für euch irgendwie ein ziemlich trostloser schloss wird man nicht denken dass es ein schloss mal war warum man so genannt hat hier das werde ich mal einarbeiten in den heutigen vortrag stellen ausschreibung aber wir erwarten einen menschen in folgender geistig seelischer zurichtung qualifikationsanforderung verwaltungsfach angestellter oder abschluss des angestellten lehrgangs a da wird man dann gelehrt wie man die dinge zu sehen hat und die frage wird uns heute beschäftigen bist du auch so einer ohne es zu merken ja hier wurden wohl die ganzen güter des ehemaligen schlosses abgeteilt hier mit dem zaun es ging bestimmt hier weitläufig weiter stallungen alles bestimmt in der ddr dann volkseigen und so weiter also auf gut deutsch wenn es dem volk gehört gehört es ja niemandem es ist immer diese bis heute ja heiß diskutierte oder zumindest diskutierenswerte sache mit dem eigentum also hier alles sehr traurig graue grauer putz wie ich ihn auch kennengelernt habe als kind als ich mit 16 zum ersten mal rüber kam in die ddr große bäume aber die kranken kastanien schon lange hier wahrscheinlich der teich mal gewesen diese böschung hier richtig werte tja volkseigen verwahrlost sei mir gegrüßt thomas christian auf der traumtour vielleicht mache ich doch noch ein bisschen zu hier weil die autos schon wieder rollen so ich hatte mal ich hatte mal lust wieder meinem lieben friederik hier zu drehen es wird heute gehen um diese ganzen geschichten mit ich bin ja nicht meine person so diese ganzen wo man quasi dem system entkommen möchte indem man die quasi die regeln des system so weit versteht dass man es gegen das system zumindest verwenden möchte was ja alles in diese reichsbürger geschichte irgendwie reingepropft worden ist aber ich möchte daran demonstrieren dass die falle daran demonstrieren nämlich dass man dabei sich selber merken kann dass man das tut was den mann an der emanzipation hindert vom reinen mann der gehorsam geschworen hat der sich seine gedanken vorgeben lässt also in vorgedachten bahnen denkt dazu dass man wirklich frei und souverän ja im grunde auch gewissermaßen nackt in der landschaft steht und sich fragt wenn ich der könig wäre wie müsste es werden denn das sehe ich das wird unterlassen und ich wünsche mir sehr dass meine kameraden dann eines tages bei mir zur seite springen und wir nicht mehr nur die gedanken anderer nachvollziehen und sei es auch nur um lücken und breschen darin zu finden letztlich mit dem motiv dann doch irgendwie in den bestehenden verhältnissen irgendwie so seine ruhe zu haben das ist des mannes nicht wirklich würdig das wäre eher die aufgabe des weibes des urweibes die sich ja überall gemütlich einrichtet in den gegebenen verhältnissen das ist die gegebenen verhältnisse sich darin einzurichten mit denen klar zu kommen ist nicht nur die urschule der frau gewesen sondern immer heute noch auch immer heute noch das bestreben der frau über die soll es im zweiten video gehen also wieder teil a und b vielleicht schaue ich mal und auch wieder mit ausrufezeichen versehen weil was ich in beiden videos zu sagen habe halte ich für für sehr konkret für sehr praktisch und dadurch auch vielleicht auch besonders erweckend ich höre immer wieder ich habe jetzt auch wieder gehört so ja der thomas wiederholt sich da muss ich schmunzeln weil dann muss einer schon sehr ungenau hinhören oder die grundprinzipien nicht erfassen um zu bemerken dass ich immer wieder es anders beleuchte es mag zwar um mann und frau gehen aber es werden immer wieder neue aspekte hervorgeholt wesentlichste aspekte die an das leben verstehen lassen wenn man natürlich innerlich sowieso schon eine gewisse konfiguration hat ohne es zu bemerken irgendwie geeicht und genordet ist und grundüberzeugung hat dann berührt dann kann das ja daran eben nur abperlen aber für den der wirklich versucht in das leben einzudringen aber wir werden es an den du denn bemühen um das mal tun zu tun um den dingen den diesen konfigurationen die mit uns gemacht werden die konfigurationen konditionen die konditionierungen die in uns da sind um dem mal auf die schliche zu kommen alles wieder aus dem moment heraus geschöpft ich habe mich öfters mal gefragt gestern auch intensiv mal angenommen ich erreiche die 70 ist ja für viele menschen heute schon so eine heute schon eine recht stolze zahl also mal angenommen die 70 hätte ich noch 13 jahre vor mir 13 jahre sind gerade wenn man das mit zum endpunkt irgendwie sieht nicht allzu viel gefühlt und habe ich mir gefragt habe ich mich gefragt was müsste ich tun oder wie würde ich diese zeit füllen wie würde ich sie so füllen dass ich das gefühl hätte es ist sinnvoll so dass ich am ende auch sagen kann es ist vollbracht wenn ich das werk verbracht habe was was ist es wert zu unternehmen und dazu also um um dieses gefühl also um dem zu folgen dem ich möchte sinnvoll füllen und wann wann wäre es das die die zeit wert gewesen mit dem was ich dann tue und da gehören diese videos allemal dazu und auch ein streben ein streben danach diese so unglaublich verwirrte zeit wieder in ordnung zu bringen also auch einmal ein als überlegung an dich weitergereicht mein lieber mitmensch gehe mal nicht davon aus wie es die allermeisten von uns tun nehme ich einfach mal an zu überlegen wie du dein leben noch nutzen möchtest sind es orgasmen auf die man abzielt wie viel geld möchtest du noch verdienen nutzt du denn überhaupt dann dein das was du hast wann ist es auch mal gut solche fragen und wann kannst du vor deinen schöpfer treten und kannst sagen ich habe meinen selbst gewählten auftrag erfüllt hast du überhaupt einen selbst gewählten auftrag oder wirst du irgendwie durch das leben geschliffen und hangelst dich von geburtstagsfeier zu weihnachten zu urlaub ich finde das ist eine frage die es wert ist gestellt zu werden erinnern wir uns nach dieser grundlegenden einstimmung noch einmal daran an die entdeckung dass eines in diesem leben in unserer in diesem lager in dem wir ja wirklich leben eine lagerverwaltung haben wir aber zumindest fühlt man sich so dass dort in diesem lager die scham schon verloren gegangen ist der ausspruch sag mal schämst du dich eigentlich nicht ist in vielen fällen die einzige antwort auf das was einem heute entgegen gebracht wird und sich natürlich auch selber vor den spiegel zu stellen und sagen wann wäre denn ein grund mich zu schämen also wo mein gewissen weiß über jede diskussion und auch jede diskussion beendend mit mir mit anderen zwischen uns wir wissen eigentlich schon lange das ding haben wir schon lange lange hinter uns das muss ich nicht mehr lernen dass man zum beispiel als gewachsener mensch gewisse dinge einfach nicht tut wenn diese hemmschwelle vom feind gestürmt wird das ist ja alles wir sind ja alle hier umerzogen also in einer ganz bestimmten art und weise erzogen kann man auch nachlesen habe ich alles gebracht dieser wille war da er wurde durchgeführt die bösen nazis die umerziehung und wir sind heute so wie andere denken dass wir sein sollten darauf basieren die ganzen lehrpläne die von seiner hoheit dem bildungsminister uns ja verordnet werden das nehmen die menschen nicht wahr was das wirklich heißt dass ein typ oder zwei drei vier da oben bestimmen was die anderen zu wissen haben was der richtige kurs ist welche fragen man stellen darf ja eigentlich überhaupt keine außer wann wann ist pause herr lehrer das darfst du vielleicht das könnte man meditieren aber jetzt die menschen merken es nicht sondern sie gehen sehr bedeutungsschwanger herum nicht schwanger weil die schwangerschaft ist ja auch immer mehr in acht und bann geschlagen in acht und bann schauspieler mal ein bisschen acht woran könnte ein die acht woran erinnert die einen denn so die acht vielleicht in ein so ein kleines wörtlein das mit so einem unterton von großer bedeutsamkeit gesagt wird sam sam acht achtsam achtsam hatten wir gestern im gespräch von einem menschen mit dem ich durchaus sympathien verbinden vielleicht auch eine leise hoffnung auf ein gemeinsames tun aber da kommen mir solche worte entgegen und den habe ich da habe ich und da habe ich mal kurz das ein bisschen gesagt tut mir leid jetzt ist es zwar gerade kuschelig im katzenkorb aber jetzt mal alle aufspringen jetzt muss ich mir eine ansage machen und zwar habe ich ich habe dann bla 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 kurz erläutert aber wir haben jetzt den duden da um jetzt uns da ein bisschen hier dran zu entlang zu hangern ich habe gesagt das ist ein erfundenes wort und siehe da in einem duden von 1906 oder sowas bis weiß man nichts nein 1932 ist der also noch vor den dunklen jahren nicht wahr da wurde noch keine macht ergriffen kann man also nicht kann man also nicht irgendwie hier hier da gleich mal diskreditieren stimmt ja alles gar nicht also wie wie woher kommt so ein wir haben es auch noch weiter zurückverfolgt in einem duden von 1906 oder besser sein lexikon und dort kommt auch achtsam auch nicht vor hier wird es als wort zwar ausgeschrieben aber nicht erklärt wir wollen immer mehr zu einer Haltung wo jeder sich zuerst frage was ist denn eigentlich habe ich ein bewusstsein von meiner verantwortung und wenn ja was sind diese geistigen welten was ist das die gewordene welt kann ich mich neu in diese welt stellen neu da muss ich erstmal auch eine selbstaussage machen im bewusstsein meiner verantwortung bin ich gewillt zum frieden und bin gewillt diese beiden den beiden welten also dem kaiser und dem papst zu geben was ihnen gebührt oder bin ich eigentlich ein staatstreuer einer der hier ausgebildet worden ist ein lehrgang also man fragt sich dann ob das gelehrt worden ist mit neuen normen gefüllt als amtsdiener als lehrfachangestellter sonst irgendwas wie es heute genannt wird was bin ich denn eigentlich für einer und da muss ich diese gewordene welt die sprache die hier gesprochen wird erst einmal auch anschauen und wer das ein bisschen getan hat dem fällt auf wie eine Fülle neuer Wörter nicht nur Anglizismen eine Fülle neuer Worte in die Sprache drängen die dann mal 10, 20, 30, 40 andere Wörtlein verdrängen es wird dann immer nur noch von 8 Samen gesprochen leider auch von Anthroposophen ein Wort das gehört für mich in den Giftschrank und zwar insofern als es in einer Bedeutungsschwangerheit gebraucht wird als wäre damit jetzt hier alles gesagt das ist das ist typisch Frauenmensch der irgendwie so diffuse aber bedeutungsvolle Empfindungen hat bei gewissen Klängen eigentlich also da werden gewisse Töne angeschlagen gewisse Hilfe und so weiter oder ich liebe dich so dann sind Assoziationen damit verknüpft dann gehen dann Tränen an da werde ich noch den zweiten Teil werde ich das noch schildern dass eine Frauenmensch ja eigentlich gar nicht irgendwie im Kopf zu Hause ist und sich da irgendwie gemütlich einrichtet in Begriffen und ihren Beziehungen zueinander in Definitionen sondern sie ist immer in Zuständen also nicht nur in anderen Umständen wie man ja zur Schwangerschaft früher sagte sondern es sind immer ganze Beziehungsmuster also auch eine Klangfigur im Wasser du erinnerst dich heute glaube ich zum vierten Mal gebraucht in der Kymatik du überträgst einen Klang auf ein schwingendes Medium so wie Wasser und dieser Klang stellt sich dann dort an stellt sich dort dar nimmt Gestalt an in einer ganz typischen Art und Weise zu jedem Ton des Klaviers zum Beispiel ein ganz spezifisches Bild geometrisch aber geordnet nicht irgendwie ein Bild sondern mit einem durchaus männlichen Anspruch der Geordnetheit nach platonischen Körpern nach geometrischen Formen wenn sie zweidimensional sind kein Körper und so wie Mandalas gestaltet sind also man erkennt die Ordnung im Universum die drückt sich dann in diesem beweglichen Medium ab das ist das Urverhältnis von Mann zu Frau die Ordnungsprinzipien dieser Welt werden in einem flüssigen Medium mit den Mitteln des Flüssigen dargestellt weil es ist ja ein strömendes Gebilde aber trotzdem ist die Strömung alle Austausch der darin fortwährend auch im Wasser passiert die Fluktuationen sie geben sich hin sie sind einverstanden diese Gestalt darzustellen also da ist das Verhältnis männlich-weiblicher Pol kann man daran einfach mal meditieren und Frauen geraten meinetwegen sowas wie was wir als Aggregatszustände kennen ähm gibt es wahrscheinlich ich habe es schon mal erwähnt wahrscheinlich 72 jetzt in dieser Ableitung davon 72 Aggregatszustände des Weiblichen also überhaupt die Erscheinungsformen Erscheinungsformen wie es sich darstellen kann und wir brauchen die eigentlich in ihrer meinetwegen einer wäre Trauer ein anderer ist Schmerz ein anderer ist Freude die hätten ja auch ihr eigenes Klangbild und eine Frau findet in sich eigentlich immer komplette Seelenzustände vor und das Problem ist also auch durch Erregung zum Beispiel gerät sie in einen ganz typischen benennbaren Zustand das Dumme ist, dass das Frauenwesen heute so geschult worden ist dass sie diese Zustände für etwas ganz Urpersönliches und Eigenes hält ich weiß nicht wer mir gewillt ist zu folgen und euch Frauen und Menschen wer gewillt ist wirklich da so männlich mal zuzuhören auch streng mit sich selbst zu sein und darauf zu achten das was ihr allzu persönlich nehmt sind benennbare universelle Prinzipien und ich kann heute verfolgen ich komme deshalb darauf weil ich merke wie auf der einen Seite weiß ich das dass gewisse Worte gewisse Situationen lösen so einen Zustand aus in der Frau der Zustand der Erregbarkeit der Eroberbarkeit der Eindringlichkeit da wo sie dann bereit ist eine Bereitwilligkeit zeigt wo alle bedenken vorher guten Tag Herr Liebl ja wo dann plötzlich aus der Handschüttelgeste dann eine andere Geste wird wo man dann eine absolute Bereitschaft sich plötzlich zeigt ohne mich aber weiter kennengelernt zu haben oder sonst irgendetwas weiter zu wissen es ist man geht von einem Zustand durch gewisse Auslöser Reizauslöser da ist die Kunst der Konditionierung der Meinungsmacher und Menschenlenker so dahinter nicht wahr also durch gewisse Auslöser und Reize geht das eine der Zustand der Fremdheit jawohl guten Tag korrektes Verhalten in einen anderen Zustand über ohne dass etwas anderes das jetzt mehr Informationen hätte und das ist so interessant und plötzlich darf man alles man darf heran und andringen anbranden eindringen umspülen lutschen saugen schlecken in die Bude hinein die Schutzzone die sogenannte auch ein Wort ich könnte kotzen weil es missbraucht wird weil damit ein auch damit im Grunde will ich später mal erläutern die Worte werden es alle in den Mund gelegt und gleich geschluckt schön schön schlüpfrig geschluckt es ist wirklich ein Drama also da darf man dann plötzlich alles und dann durch wiederum andere Reizauslöser eine andere Konstellation Bedingtheiten schlägt das wie das Wetter schlägt das um in die ultimative Ausgrenzung habe ich das im letzten Video gesagt genau die Abtreibung am jetzt in meinem Fall der Thomas Liebl ich fühle mich wie herausgepresst wie die Wurst hinten auf dem After aus dem After jetzt ist Schluss bleib doch wo du bleib doch bleib doch wo der Pfeffer wächst ich will mir das nächste Mal zu tun haben du gehst mir an den berühmten Arsch vorbei noch nicht mal die kalte Schulter das sind wir auch schon drüber weg du wirst irgendwie von dem Frauen Menschen der dich vorher so lieb gehabt wirst du einfach ausgekotzt und abgetrieben rausgeschissen das ist genau die Empfindung und es ist eine Kurzschlusshandlung es ist wie Durchfall dass du da irgendwie plötzlich hinaus expediert wirst und dann sind die Schotten zu und das ist endgültig und final manchmal gibt es da noch Sex mit der Ex da gibt es so ein bisschen ein bisschen zurückwackeln und so aber das ist okay und weil ich diese Zustände diese über also diese 72 die es wahrscheinlich sind vielleicht fangen wir mit 24 mal an ich muss die Wissenschaft erst entwickeln tut mir leid soweit bin ich jetzt dann doch nicht dass wir diese Urtöne diese Urzustände die Vibrationszustände Du und Moll und so weiter dass wir die mal identifizieren und ich kam eben drauf durch die gerade beschriebene Wandlung von Fremd zu Vertraut und dann aber hinten dann mit dem Arsch nicht mehr angeschaut werden ohne Anlass ohne nennenswerten Grund es ist in sich schlägt das Wetter um sie wüsste es noch nicht einmal zu benennen ist aber überzeugt dass es richtig ist also sie wertet es als eine Reaktion auf etwas in der Außenwelt es ist richtig also wieder Einschätzung jemand hat das und das Verhalten gezeigt wer einmal lügt dem glaubt man nicht das ist ja so eine Anleitung eine Bedienungsanleitung in diesem Sprichwort enthalten dann wer einmal lügt dem glaubt man nicht also er hat gelogen jawohl ich habe festgestellt indiziert wirklich konkret feststellen können dies ist eine Situation welche diese Reaktion verdient und dann fragst du mal nach was ist denn eigentlich passiert dann war sie halt einfach in anderen Zuständen also es hat nichts mit deinem Verhalten zu tun es ist eine Entkopplung von dem Begriff das heißt von dem wirklichen Tathergang in der physikalisch rationalen Welt und dann der Umschlag in die andere also irgendwie ohne einen wirklichen Zusammenhang begünstigt durch Einbildung man konstruiert als Frau und Mensch dann Dinge ist dann plötzlich innerlich ja ja doch 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 also irgendwie als wäre der Zustand der Lüge erfüllt man fühlt sich belogen irgendwie betrogen irgendwie missverstanden irgendwie verraten es wird alles in einen Topf geworfen und daraus so ja und in diesem Zustand und damit hat achtsam zu tun was ist denn eigentlich mit so einem Begriff gemeint wer einmal lügt dem glaubt man nicht wer achtsam ist der was tut der denn zum Beispiel was tut der wie verhält er sich konkret behutsam behutsam wie ist jemand was sehen wir vor uns wenn jemand behutsam ist woher kommt das Wort überhaupt na das hat doch zu tun mit behüten welche Handlung ist eine behütende Handlung er drischt sein Weib die Spüle lang ist das behutsam wie ist das jemand der behütet einen Schatz behüten behütet sein auch hier oben einen Hut aufhaben oh da haben wir schon interessant einen kleinen Abzweig jemand hat den Hut auf also es kann eine hat eine Doppelbedeutung da gehen wir gleich ein Begriff hat mehrere Bedeutungsebenen wir können es aber jetzt wir sind aber sorgsam gehen wir mit diesen Dingen um wie ist jemand der Sorge trägt Sorge trägt dass etwas geschieht zum Beispiel sorgsam bezeichnet die innere Haltung und sorgfältig bezeichnet die Tatsache er geht sorgfältig um mit den Dingen also er faltet sie auch zum Beispiel dass schön dann die Hemden werden sorgfältig behandelt so nicht einfach in den Schrank gestopft sondern sorgfältig hat auch immer zu tun mit Sachen einmal weil man sie wertschätzt und man wertschätzt sie weil sie wertvoll sind und weil sie häufig dann auch das hat mit geliehenen Dingen zu tun ich gehe also ich stehe nicht das ist nicht nur in mir irgendwie so ein Gefühl sondern ich habe eine Haltung die drückt sich auch durch das Samen und behutsam so ein behutsamer Mensch ganz generell geht er auf eine ganz gewisse also mit dem Bestreben geht er durchs Leben die Dinge behüten zu wollen an ihren Taten sollt ihr sie ermessen er sollte sie messen mit all dem im Hintergrund beschreibe jetzt doch bitte mal 8 Samen ich lese vor erst einmal die 8 groß geschrieben Substantiv Aufmerksamkeit für Sorge woran erkenne ich an welchen Taten erkenne ich einen aufmerksamen Menschen der aufgemerkt hat worauf denn eigentlich worauf gilt es seine Aufmerksamkeit zu richten und warum also sehr verwandt auch damit offenbar die Fürsorge wenn ich friere und niemand bemerkt das und reicht mir mal die Jacke vielleicht weil ich irgendwie selber gerade gar nicht gemerkt habe wäre es nicht eine fürsorgliche Handlung wenn mir jemand eine Jacke um die Schultern legt trägt er dann Sorge für jemand anderen kann man also von einem fürsorglichen Menschen sprechen der in irgendwelchen Gefühlen schwelgt achtsam ja eine Fürsorge füreinander sein Thomas Christian die Untertitel deines Videos Entschuldigung bittet auf in die achten wenn jemand sich total angepisst fühlt dann wohl zurecht weil jemand nämlich da ist der sich gerne die Orden an die Brust heften möchte der gerne schwelgen möchte im Begriff der Fürsorge in einer Fantasie von Fürsorge aber gar nicht willens ist oder auch unvermögend mal zu schauen was zeichnet denn Fürsorge aus und der Schweinehund in mir drin sitzt der vielleicht immer noch breit auf der Bank oder hat der Fürsorge getragen lässt er sich auch mit seinen Taten messen an seinen Taten nämlich wer einmal lügt dem glaubt man nicht also du warst jetzt einer der hat gelogen du hast nicht Sorge getragen auch dem anderen entsprechend diese Verletzung zu ersparen denn Lügen jemanden anlügen ist eine Verletzung nein 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 er fühlt sich ja nur verletzt das stellt keinen Tatbestand dar behaupten die Leute die Haltung die Handlung die kann ja die Handlung so und so das ist der sagt ja nur das sei gelogen er diskriminiert ja den anderen im Grunde also der Lügner wird ja heute im Grunde diskriminiert weil ich meine er hat eine Sichtweise geäußert nur ich habe halt das so gesehen Herr Kommissar das Messer ist ganz alleine in die Brust von dem der hat das Messer im Grunde eingesaugt Herr Kommissar das kann man jetzt gar nicht so sagen dass es eine Tat gewesen wäre man kann ja irgendwie ganz weiblich Ursache und Wirkung gar nicht mehr feststellen wir alle hängen ja irgendwie zusammen miteinander und eigentlich ich muss jetzt mal ich zeige jetzt den wiederum an der mich des Mordes beschuldigt dass der mich im Grunde diskriminiert das ist jetzt emotionaler Missbrauch was der macht weil das gefällt mir jetzt gar nicht in dieser Welt meine Lieben leben wir heute und gerade ich befürchte dass die Frauen Menschen an diesen Stellen immer das Kotzen kriegen oder abschalten und mich verlassen wie auch die anderen weil sie sich persönlich getroffen fühlen und nicht mehr unterscheiden können also nicht mehr irgendwie das nicht mehr irgendwie klar ist was ist denn auch mit persönlich gemeint aber lesen wir weiter wie ein Begriff dessen Bedeutung wir tief innen durchaus noch empfinden bin ich überzeugt weil in uns auch die Erinnerung an alle Leben schlummert ach das ist so schön ja ja der Reigen der Leben den kann man schön empfinden aber es hat eben auch die sehr handgreifliche Komponente dass wir in uns ist die Erinnerung auch die Erinnerung an die Lehren die wir gezogen haben und wir wissen was es eine Acht ist nicht nur das da sondern jemanden in Acht und Bann schlagen bei Acht steht nämlich Aufmerksamkeit Fürsorge und dann weiter ganz außer Acht lassen man hätte es B beachten sollen es ist also irgendwie wichtig außer aller Acht lassen sich in Acht nehmen ja nämlich vor den vor den Schwurblern würde ich mich sehr in Acht nehmen vor denjenigen die mir das Wort im Munde rumdrehen wollen und jetzt behaupten ihn als Lügner zu bezichten sei im Grunde ja emotionaler Missbrauch da 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 oder auch vor denen die mich Nazi nennen nämlich einen völlig unklaren Begriff der ihnen die Mühe der Präzisierung erspart mit denen im Grunde mich jetzt in den Augen aller anderen als so einen dastehen zu lassen und zu diskreditieren so dass sie es keine überhaupt nichts mehr dabei finden zum Mob zu werden und mich auszugrenzen mir auch die Anerkennung zu verweigern und natürlich auch die finanzielle Fürsorge nicht mehr tragen wollen weil ich bin ja nur so einer nicht wahr ich bin ja anstrengend ich bin ja gemein ich bin ja und so weiter die ganzen Begriffe die unter die Gürtellinie irgendwo zielen ich habe ja sonst was für Probleme etwas in Acht nehmen also auch außer Acht lassen aber auch etwas in die Acht nehmen Acht geben seht ihr wie viel Differenzierung wir haben von wegen das sind ja nur noch jetzt also direkten Ableitungen was direkt mit der Acht zu tun hat so was jetzt alles unter den Tisch fällt heute oder Acht haben dann aber die Acht sehr interessant ist nämlich eigentlich die Ausschließung also Acht geben wenn du es nicht tust hat das die Acht zur Folge also das ist ein Denken da werden die meisten heute wahrscheinlich weil sie ihren Denkmuskeln nicht trainiert haben sofort Kopfschmerzen bekommen ein sicheres Anzeichen für Trainingsbedarf Acht Ausschließung das geht in Richtung Acht und Bann mal schauen was hier noch steht vom Rechtsschutz Acht also auch die Rechte zu wahren eines Menschen da wird jemand in also in die Acht genommen glaube ich oder wird dann geächtet weil er Recht weil er als Mitglied der Gemeinschaft nicht in der Lage war Acht zu geben nämlich auf den Rechtsraum der anderen dann wird er irgendwann geächtet und wird dadurch zum Vogelfreien er verliert seine Rechte mitzuspielen tja seht ihr solche bedeutsamen ernsten Dinge sind eigentlich im Umgang im Zwischenmenschlichen einmal da gewesen sind gewusst und beachtet worden und die anderen die ganzen Freiräume von denen ich rede die Übergänge im Weiblichen dass der Richter auch mal sagt okay wie waren jetzt die Umstände so das ist das ist ja kommt ja noch dazu aber selbst wenn ich sage gib Acht hat das beinhaltet das ja auch schon einen gewissen Spielraum sonst würde ich sagen befolge also erweise dich als achtenswertes Mitglied der Gemeinschaft und das heißt nicht das ist keiner der streng gläubig dann irgendwie nur noch irgendwelche Richtlinien befolgt also ein Gefolgsmann sondern es ist schon jemand der achtsam ja achtbar ist ein achtbarer Mensch und von solche Worte gebraucht heute niemand mehr und mit Absicht weil das achtsam wurde ja als auch eine Art Staubsauger wird es ja benutzt genauso wie andere Begriffe das darum soll es ja nicht gehen also achtbar also wird dann wieder eine Art Staubsauger benutzt also das saugende Prinzip des Weibes die dann besonders mit einer großen Bejahung gerade wenn es alle sagen das wirkt unmittelbar auf Frauen Menschen das merken die gar nicht sie halten sich für unglaublich individuell persönlich für emanzipiert aber merken nicht dass sie wie ein Staubsauger und Schwamm die Dinge aufsaugen oder jemand in ihnen und wenn sie dann achtsam sagen haben sie selber das Gefühl sie hätten es jetzt gerade erfunden und damit im Grunde alles gesagt sie sagen in der Tat nichts aus nichts was jetzt uns irgendwie ermöglichen würde auch mal auf die Handlungen zu blicken das genau das ist diese Verquerung sie haben das Gefühl sie geben damit eine Handlungsanweisung aber es fällt alles jegliches Verhalten auch das nicht ehrbare Verhalten fällt alles darunter das nicht achten der Grenzen der anderen auch das fällt darunter es wird eigentlich es wird eigentlich zur Jagd geblasen auf alle möglichen Werte Definitionen Abgrenzungen und Versuche denn dieses komplizierte Miteinander irgendwie zu fassen das geschieht durch Frauen Menschen die jetzt irgendwie so bedeutungsschwanger durch die Welt gehen achtsam müssen wir sein und glauben mehr müssten wir es nicht mehr in unsere Verfassung schreiben vielleicht beschreibt vielleicht bekomme ich mal daraufhin auf die Mühe die ich mir jetzt nun über 34 Minuten gemacht habe oder sagen wir 30 ab abzüglich Einleitung alleine nur darauf anwende vielleicht bekomme ich jetzt allein vielleicht bekomme ich mal eine wir wollen danke liebe Eva dass du mir es gab tatsächlich mal etwas so einen Himmel getropft wo man dachte jetzt fängt der Regen an vielleicht kommt ja mal der Geldsegen und Geld regeln der mir die Entfaltung ermöglichen würde der ich immer mehr emotional vor allen Dingen auch immer mehr zusammenschrumpfe weil ich mich absolut ausgegrenzt fühle erkenntlich an meinem Kontostand danke liebe Agnes Hedwig und liebe Eva dass da jetzt wieder mal ein Tropfen kam hat mich da ein Geldtropfen getroffen hat mich gefreut bitte die anderen nachahmen und mir gerne auch mal Zuschriften schicken vielen Dank dass du dir für die Welt 30 Minuten alleine jetzt nur diese dir Mühe genommen hast einfach mal diese Zusammenhänge aufzuzeigen und wie verheerend es ist wenn nicht ein Denker mit männlicher Kraft herkommt und diese Zusammenhänge einmal fasst erstmal greift was mühevoll ist und dann da bietet in einem heute würde ich sagen ich rede ein bisschen lauter weil ich mein Mikro nicht habe damit ich die Kamera erreiche und das nicht extra lauter stellen muss hinterher und dass uns einfach mal nochmal das was strukturgebend ist haltgebend ist in dieser Welt was immer von der männlichen Seite kam von der Befruchtenden die ein Ton spricht und dann bildet sich dann im weiblich also im weiblichen Milieu Medium bildet sich dann etwas ab dass du das machst denn ohne werden wir untergehen wir werden untergehen auf jeder Ebene es ist also eine heroische Tat die ich vollbringe eines heldenwürdig weitaus wertvoller als gegen irgendwelche Paragraphen anzurennen die uns in Bezug auf die die zwölf dunklen Jahre das das eigene Nachforschen verbieten weitaus ehrvoller und weitaus fruchtbarer und bedeutsamer hier steht 8 Samen drin tatsächlich aber eben wie 8 los wird aber auch nicht weiter ausgeführt nochmal bei der 8 das ist dann die Zahl die achte die die nicht Respekt entgegenbringen, denn Respekt, ich habe darauf gesagt, das, was in der Frauenwelt passiert, das Verhältnis zu anderen Mitmenschen, hat mit Respekt nichts zu tun. Also dazu gehört, Moment, gucke ich mal nach, Respekt, das ist doch schön, bleib mal kurz dran. Re P P Wir müssen wissen, wo die Dinge hingehören, in welche der beiden Welten, denn daraus stammen Worte und stammen auch Redewendungen. Typisch Männliche, verlass dich auf andere und du bist verlassen, also das Prinzip der Eigenständigkeit des Einzelnen und was und dann eben hier das mit dem schwächsten Glied und so weiter, Eile mit Weile, auch solche Dinge oder den Letzten beißen die Hunde, da ist auch schon so ein bisschen also macht man alle hin, aber irgendwie schon, aber das mit der schwächsten Glied, du such was raus, ich weiß es gerade nicht. Der Respekt, da gehört, da ist der Spiegel mit drin, soweit ich aus meinen Lateinjahren noch weiß, ich habe das ja nicht unbedingt alles dann gleich wieder mich von Wikipedia belehren lassen. O-P, Respekt, Report, 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 Re, das ist ja kleingeschrieben, Resonanz, die wir jetzt mal nicht drauf ein, O-P, Respondieren, Respe, Respekt, da haben wir den Respekt, was ist denn eigentlich Respekt? Ich bete zu euch guten Göttern und bitte dich, lieber Erzengel Michael, gib uns Mut und du Christus gib uns bitte die Liebe, dass wir meinem Beispiel folgend, meinem Impuls folgend, also gerne auch mit mir zusammen, damit ich nicht alleine irgendwo verrecken muss, das in diesem unerhörten, schwer tragbaren Gefühl des Nicht-Geliebt-Seins, Nicht-Geachtet-Seins, Nicht-Gesehen-Werdens, dass wir uns zusammenfinden werden, sei es in diesem Schloss oder freiem Feld, im Zelt, und uns wirklich miteinander, das als das Allerwichtigste erachtend zusammensetzen werden und Dudenwälzen, dass wir Begriffe mit künstlerischen Mitteln, mit Definitionen, dass wir darum ringen werden, um das, was in der Sprache drin liegt, um das, was in der Sprache drin liegt, ich werde misstrauisch beugt, typischer Männerblick, typischer Männerblick auf einer tieferen Stufe, dass wir es als nicht, dass wir es als dringend erachten, eine edle Aufgabe, denn wenn wir das noch in letzten Resten in uns zuckende, erinnerte Wissen, also das uns ernähren irgendwie von, ja, 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 der frühe Vogel fängt den Wurm, aber dann warten schon zehn Konditionen, zehn Leute, die uns irgendwie da irgendwie mit diesen Sprüchen irgendwie einen in die Irre führen wollen und wir, es hilft uns nichts, wir uns irgendwie zu ändern, wir warten das nochmal und zu glauben, wir wüssten dadurch irgendetwas, wir müssen es uns nochmal neu erarbeiten und zwar auf männlich und weiblich und dann gucken, wie stimmt, wie ist denn das mit dem Zusammenleben, wir müssen es neu machen, das heißt, wir fangen von Grund auf neu an, wir haben noch diese Duden, wir haben noch die Worte und sie werden in relativ kurzer Zeit, werden die Menschen aussterben, innerhalb einer oder anderthalb Generation in Menschen wie ich, die noch wissen um die alten Worte und die noch ahnen, dass es zwei Welten angehört und so weiter und dann wird hier, werden sie alle im Irrenhaus landen. Tja, wenn ihr durch sowas den Antrieb nicht empfindet, zu mir zu kommen, dann kann ich nur sagen, ich habe alles in meiner Macht Stehende getan, um das zumindest zu versuchen. Respekt. die Frauen sagen, man hätte keinen Respekt für sie, dabei wissen sie noch nicht einmal, was Respekt ist, ja, er ist in ihrem Gefühlsrepertoire gar nicht vorhanden. Respekt, Rücksicht, da muss ich nämlich wissen, wo ist vorne und wo ist hinten, klare Unterscheidung. Ehrerbietung, ja alter Schwede, Ehrerbietung, Frauen haben keine Ehre im Leib, als Gestaltwanderin kannst du kein dauerhaftes Prinzip in dir haben, das ist ein Widerspruch in sich. Sie können Tugend erwerben, das gehört auf die Ehre, auf diese Seite, aber für das Werden des Männermenschen ist erstmal Ehre als ein Prinzip, als ein Prinzip, das in mir, dem ich nicht untreu werde. So, Druck, Respekt, Druck, okay, Druckleererrand, bei Kupferstichen, ah, Respektblatt, Tag, kaufmännisch, Fristung nach, ansehnlich, respektabel, aha, seht ihr, respektabel ist nämlich, ein Synonym ist nämlich ansehnlich oder auch angesehen. Respektabilität, Achtbarkeit, na da haben wir die Achtbarkeit wieder, ansehen und die Ebene, auf der die Frauen verkehren, ist erstmal nicht, dass sie, dass sie auf die Tat blicken, wer einmal lügt und so weiter, sondern, dass sie in Empfindungen und Zuständen leben, was jemand auslöst in ihnen vielleicht. Respektieren, achten, jemanden, achten, überlegt auch nochmal, was die entsprechende Tat ist. In Ehren halten, alter Schwede, in Ehren, halten, das ist eine Tat. kaufmännisch, Wechsel, bezahlen. Also, da gehört auch das zur Ehrbarkeit dazu, dass man es einfach tut und sein Wort hält. Und ich würde mal sagen, dass wir heute, dass wir alle zu Halunken erzogen worden sind, die ihre Wechsel eben nicht bezahlen und ihre Worten nicht halten. Achtbar, respektiv, respektive Beziehungsweise, da werden ganz klare Beziehungen, Menschen werden zueinander in Beziehung gesetzt und wir sind nicht in einem Beziehungsgeflecht. Respektsperson, achte, Schwede, es ist so fruchtbar, einfach mit sowas mal zu arbeiten. Gut, ich lasse das jetzt für sich stehen und leite über.